Wir müssten laut Luftaufklärung das mutmaßliche Zielbereit sehen können. Okay, und jetzt kein Piep mehr. Funkverkehr bis auf weiteres einstellen. Hier, Yankee Lady, antworten Sie. Geben Sie sich zu erkennen. Hey, da, hier spricht B. Yankee Lady. Oh Gott! Hilfe ich! Heftiger Treffer! Wir verlieren an Höhe! Die Landebahne, verdammt Nazi-Basis! Scheiße! Sie nutzen unsere Bomber, um London auszulöschen. Was ist das? Sie haben etwas entwickelt, das Sie selbst als Wunderwaffe bezeichnen. Das auch, wo es verlegt werden soll. Und wo hinten? Das willst du nicht wissen. Okay, rück zu! Ich will den Amerikanern. Ich will den selben Weg nehmen, den ich gekommen bin. Keine Überlebende. Robert! Nein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020